Ja, und damit herzlich Ja Okay, dann gucken wir uns das erstmal an Ich glaube, das ist GEMA gesperrt Deswegen muss ich ein bisschen reinquatschen, leider Ich hoffe, es stört nicht so sehr Man kann es ja noch lesen Der Jungs meint ja sehr cool Ich bringe das Flugzeug raus Fliegt Die Flöten Das ist schon cool Ich mag das Teil Welch ein geiles Handy Also Den haben wir hier Ich hoffe, dass Mama und Papa euch sehr, sehr lieb haben Ich habe zwei Weißbrote echt zu haben Und das ist richtig gut, denn ich mag die Freude sein Sorry, was hat Was heißt das? Sag mal, willst du, dass ich dich aufschnitze wie dein Freund? Halt jetzt dein Maul Okay Ich bin der mit dem Scheißschwanz Guck mich an Direkt in die Augen Ey Du sag Guck dir in die Augen Du behörst mir Das ist mein verdicktes Reich Halt dein scheiß Maul Oder du stirbst Was ist, Chase? Siehst du, was ist los? Warum lachst du nicht mehr wieder oben? Das ist kein Spaß mehr Ich bin nicht unterhaltsam gewesen Weißt du Die Sache ist Da oben Dachtest du, du hättest den Schuss Weit oben Verfickt Dachtest du, du hättest den Finger am Verwissen hat Aber Hermann Hier unten Hier unten Ist das vorbei? Ist okay, ist schon gut Ich bin nicht abgestimmt Weißt du, du Moi Das ist mein Bruder Viel Spaß haben Ja Das geht mal Ach egal, für keine Ahnung Du musst mich noch nie abgelenzen Ich hoffe, dass ihr zwar nutzt Du bist ein Ficker und erhaltsamer Soll das auch freuen Bis dann Bye-bye Danke sehr Bye-bye 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 Und damit Ja komm Und damit herzlich willkommen In Far Cry 3 3 Ein wunderschönes Spiel Die Grafik ist einfach Atemberaubend Auch wenn es schon ein bisschen älter ist 4 kommt ja jetzt auch bald Ich glaube im Februar 2015 Vielleicht ist ja schon bei euch 2015 Upsa Okay Bücken Und vorbeischleichen Ja, ja, ich bin auch ganz Pst 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 Ich bin ganz Pst Ich glaube Ich glaube der Wars mag uns nicht so sehr Na los, kann ich nicht rennen Ah, ein neues Tutorial Die Entdeckungsanzeige erscheint, wenn dich Gegner sehen können Sie fühlt sich, wenn Gegner dich allmählich bemerken Sie wird blinken, wenn du entdeckt würdest Pst Ja, C hocken, das weiß ich doch schon Okay Pst 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 Ganz langsam hier vorbei Aber die Dialoge waren bis jetzt echt geil Pst Und ich glaube das wird ein Top Spiel Ist das was? Jo, das ist was Oh Da hat er doch schon ein paar neue Freunde gefunden Alter Krass Ups, da schnell weiter her Nicht, dass wir da noch hängen So, okay Was haben wir hier? Oh Und ich? Hallo? Hallo, ich wollte das Messer Okay, dann nehme ich eben das Ja, ja, weiß ich doch Ne Keiner da Da Ne, keiner da Dann weiter Scheiße, da steht wer Okay Worüber? Ach, da rüber Wie mache ich das? Mit T Okay 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 Okay, sehr nice Sehr nice Wupp Und schnell hier durchgehopst Oh scheiße Oh scheiße Whoa 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 Krass Whoa Whoa Wer spricht da? Oh 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 Ey, ich gehe an die doch alter der mag sein gewehr hier nicht wo habe ich mich gerade erschrocken alter krass was gucken sie denn da tolles schönes fernsehprogramm aber ich will lieber nicht gucken was es ist ich habe doch vorher zeigt dabei kann wir das anbrennen ok los geht's ich müsste gerne was mitnehmen von da vielleicht braucht man das noch hinterher ich muss rennen alter das war knapp das war richtig knapp süß mäuse alter viele gefangenen die haben mir das krass oh taschen alles mögliche liegt hier rum ups oh ein schönes video scheiße oh mein gott kacke ok lea tasse drücken schnell 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 achso leer halten oh fail nicht drücken oh mein gott ich renne ja schon und ich kann wow grad konnte ich nicht so viel reden weil die reden ja hier wie alter 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 wow scheiße oh ich werd hart getroffen wow ich werd verfolgt ich werd verfolgt ich will mich gar nicht umdrehen ich spring mal ein bisschen hier huah wow geil ok das verschafft schafft mir sicher einen vorsprung hoffe ich oh 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 oder vielleicht auch nicht scheiße komm steh auf rennt weiter rennt weiter los 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 oh mein gott wow wow scheibenklässer er trifft mich nicht er trifft mich nicht lalalalala alter das ist krass ein richtig geiles spiel fuck why die reihe muss man sagen echt geil ich hab's hab's ja bis jetzt nur 3 hihihi pff aber ja 1 und 2 sind bestimmt auch cool und 4 wird nochmal richtig richtig reinhauen so dann rennen wir hier erstmal weiter wow alter also das ist glaube ich ein bisschen wie ein tutorial mit griechen rennen springen oh tschirr ok 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 scheibenklässer wow wow lehrtaste schnell drücken okay mache ich manchmal 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 nicht ja ja du hast mich doch das wird nimmst mit nein nein lass es nicht die hunde die hunde sind richtig gemäß glaube ich okay okay oh mein gott ok scheiße das war so klar ubisoft präsentiert eine ubisoft montreal produktion hoffentlich ist das das bestimmt wieder ein gema lied wir werden gerettet von ein tattoo arm farquai 3 und damit noch mal herzlich willkommen in farquai 3 sagte ich zwar schon und jetzt werden wir dieses spiel bis zum ende durchziehen hoffe ich doch im hintergrund laufen auch noch mta auf meinem kanal zerteilt mit dem lieben kobat lp und hoffentlich bald auch farquai im kooperativen modus habe ich jetzt erstmal wieder schöne puppe hätte ich auch gerne sehr nice in deinem schlimmsten halbtraum und dann wo weiter was macht er da habe ich auch noch mehr die 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 Nein, da schlage ich nicht ein. Oh, danke. Oh, unser erstes Messer. Ich fühle mich schon viel sicherer, um ehrlich zu sein. Psst, ich bin fertig. Sorry. Du bist ein Krieger. Und das Tatao wird dir ermöglichen, dein wahres Ich zu entnehmen. Hört schon. Mein älterer Bruder wurde erbautet. Ich muss meinen jüngeren Bruder und vier anderen Freunden hinbekommen. Dumm, 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 dumm. Aber es wäre mir lieber, wenn du mir doch helfen würdest. Ich habe dich am Stand gefunden. Willkommen in der Manaki, Freund. Es ist wunderschön, oder nicht? Selamatik, Tengahari. Ich habe Jason Brody hier bei dir. Schön hier. Der war's, wenn es kommen konnte. Geiler Tanz. Das ist ein Volk. Die Insel. Wo ist nur die Stadt? Sie rief nicht. Die Insel. Die Ratschatz. Akzeptiere ich. Sie nahe mich nur die Stadt. Ich bin glücklich. Ich bin glücklich. Ich bin glücklich. Die machen was her, oder nicht? Wer hat das gesagt? Und wer? Wer? Geld für Waffen. Hm. Der liebe Onkel hier. Hä? Wo ist er denn? Ah, da. Ist ja total nett. Wozu uns? Aber ich habe schon wieder den Namen vergessen. Oh, heißt er Gwent? Jason. Brody. Achso. Das sind unsere Bruder. Wer das lesen will, ich werde hier nicht alles vorlesen. Kann ja einmal stoppen. So, und dann gehe ich da mal wieder raus. Oh, der liebe Gwent. Gucken wir uns auch an. Hm. 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 Worte. Ammanaki. Und geheim. Gut. Dann gehe ich mal wieder raus. So, ey. Geil. Tanz. Yeah. 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 Hm. Tüb. 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 Ja, da kann man voll zu gut abrocken. Oh, das schweint sieht lecker aus. Gib mir das Schaden, wenn ich da drüber... Wow. Wow. Oh, ich glaube ich bin ein bisschen angebrannt. Ich komme nicht mehr raus. Wow. Wow. Alter. Alter. Hohohohohoho. Ja, also es fängt ja schon mal gut an. Und die Grafik ist ja auch mega geil. Und ich denke, erst in der nächsten Folge werden wir mal sehen, was die nette Tante uns hier so verkauft. Also, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Schaut in der Infobox, was da schönes drin steht. Da steht zum Beispiel meine Facebook-Seite, eine Verlinkung zu dem lieben Kobold. Und wir sehen uns dann demnächst wieder, wenn es wieder heißt FAQUAI 3. Bis dann.